Willkommen zurück zum nächsten Game und zwar Puh. Da hat man so einen intergalaktischen Kackhaufen, obwohl eigentlich soll es ja ein Alien sein. Für mich ist das einfach nur ein Haufen Kacke. Wie man sehen kann, habe ich den ziemlich lange stehen lassen, weil der ist krank, hat geschissen, hat keinen Spaß, ist dreckig und ist hungrig. Also alles auf einmal. Jetzt mache ich mal das Licht an. Der ist total verstört, auch wie man sehen kann. Hier oben ist auch der Level, oben in der Ecke, oben rechts. Und als erstes kassieren wir jetzt mal die Scheiße ab. Achtung! Das ist aber mehr so ein Tamagotchi-Game, so für zwischendurch. Und wir machen ihn jetzt mal sauber im Labor. Hier unten ist die Seife, Achtung! Und dann wird er einfach mal gewischt. Gibt sogar Geld. Will ich auch. Wenn ich mich sauber mal, will ich Geld haben. Das ist ja schon mal sauber, aber ist immer noch krank. Jetzt gebe ich dir mal hier so eine Heilung. Na, fast gut. Habe ich noch eine große? Ne, ich habe nur kleine Heilungen. Na, schon nicht schlecht. Oh, jetzt ist er nur noch drauf. So, Mist, meine Potions sind alle. Da warte, ich hole schon mal neue, für später auf jeden Fall. Hier kann man ganz, ganz viel kaufen. Oben links hat man Geld. Wie man das bekommt, zeige ich euch gleich. Oben, ein Fett-Burner. Gibt es auch ein Fett... Ein Fetter, soll man zum Fett machen. So, ich hole mal zehn Stück. So, was braucht er noch? Hunger hat er. Und was ich geil finde, sind die Geräusche. Gleich auch, wenn er satt ist. Und achte mal, er wird immer ein bisschen dicker. Und die Frage ist, kriege ich denn so dick, dass er nicht mal auf den Bildschirm passt? Das wäre geil. Oh mein Gott. Ne. Das ist am geilsten. Ne. Ne. Hä, jetzt noch? Ne. Ne. Los, fress, du fetter Kackhaufen. Ne. Puh. Ne. Okay, er will nicht mehr. Habe ich noch was anderes? Erdbeeren? Ne. Ne. Aprikose. Ne. Oh nein, nicht wirklich. Aber fett genug ist er jetzt. Jetzt fehlt nur noch Spaß. Hier oben? Genau, da oben. Guck mal hier. Guck mal. Oh, ja fein. Ja fein. Ui. War der Blödmann. Und zwar Spaß kann man einfach hier den Ball werfen. Oh, der Ball. Achtung. Da freut er sich schon so ein bisschen. Wächst auch direkt um die Leiste. Oder was euch und Puh mehr bringt, sind hier unten diese Games. Zum Beispiel Food Drop zocken wir mal jetzt eine Runde. Play. Achso, ja. Ich dachte, das war mit dem Tablet hin und her. So. Aber irgendwie ist das relativ... Hä? Achso. Puh, A's. Etwas Schlechtes. Egal, wir machen ein anderes Game. Achtung. Skyjump. Das kennt man eigentlich. Ich komme jetzt gerade noch nicht auf den Namen, wie das andere heißt, das generelle. Weil jetzt hat er Spaß und man kann sogar noch Coins sammeln. Hui. Voller Spaß. Und das ist, glaube ich, nur so ein Spiel so... Ja, jetzt nicht für zwischendurch, sondern für ganz zwischendurch. Und auf eine Art ist das auch ein Zwang. Ich glaube, der Ted, also Dadsheep, der wurde von dem Ding sogar mal geweckt. Weil er Hunger hatte. Ich weiß nicht, ob man das noch konfigurieren kann, dass er es macht. Nein, tot. Du fielst. Ganz toll. So. Na, da war noch Fiefall. Da muss man einfach nur runterfallen. Und darf keine Wolke berühren. Na, freu da sich. Hör mal. Hui. Oh. Alter. Und, ähm, der steigt dann auch im Level auf. Und dann kann man sich neue Sachen kaufen im Shop. Ich kann hier schöne Fotos machen unter der Ecke. Das fliege ich mal durch ein paar Wolken durch. Weiß zwar gar nicht, was der gegen Wolken hat, aber okay. Vielleicht mag der Wolken. Du hast fünf Wolken getroffen. Wie schlimm. Holl doch mal. Okay, das hat Kitchen, Lab, Game Room, Bedroom. Äh, was wollte ich noch zeigen? Ach genau. Anziehsachen. Da man kann ja richtig geile Sachen holen. Eigentlich wollte ich denen jetzt für heute zum zeigen. Wo ist es denn? War das nicht mal Outfits? Shop. Ah ja, genau. Eigentlich wollte ich denen so einen Anzug kaufen, aber das war da doch ein bisschen teuer. Auch wie man sehen kann. Hier Level 15, Level 40. Also da kann man richtig viel Zeit reinblasen in das Game. Oder andere Augen kann man auch holen. Dann klar, hier ganz viele Essenssachen. Ja, und an sich ist das wie so ein Tamagotchi. Hör mal. Na gut, das war dann soweit Puh. Kleines Kack-Alien, wer es haben möchte, gratis Spiel, einfach downloaden und füttern. Bis es platzt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das wirklich so fett wird, dass ihr hier nicht mehr draufpasst. Würde mich mal interessieren. Ansonsten sage ich einfach mal, bis im nächsten Game. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.